heute schwimmen wir mal wieder im mädchen zu hamburg und heute sind wir mal als hkw lieferanten wieder unterwegs lange was her wo wir tatsächlich es war einfach sehr lange her wo wir jetzt mal hkw lieferanten waren und ich habe mir gedacht kommen machen wir heute mal wieder eine ich habe ja auch fast den hier den ich unbedingt haben ist aber sehr schwer mal zu bekommen da ich nicht allzu viel zeit habe zu spielen allerdings habe 300.000 euro habe ich mittlerweile wir fahren einfach logisch würde ich sagen ich hoffe mal dass dieses jetzt nicht mehr so rumleckt könnte sein könnte aber auch nicht wir fahren natürlich wieder hier mit dem großen lkw was mir wirklich gefallen wäre würde wenn es diesen lkw auch als bus also bei der busfirma gibt würde sehr geil sein also hier die heißen diese busdinger die so lang sind monika muss wenn man das nennt kann man die ampel ja auch grün werden ich habe hier nicht den ganzen dachzeit hallo über die umfeld danke kuckoo hupen hilfe einfach und wieder so haben wir mal runter also hier könnt ihr zu lenken einfach weil die welche nicht geladen hat es ist es leckt halt immer da wo die welt noch nicht so richtig geladen ich denke ich denke ihr wisst was meine also hier lebt gerade wie ihr hier sehen könnt alles und ja so gehen wir hier mal einfach hoch jetzt ist die codierung belastet respekt ok jetzt geht es ja so 100 cp haben wir können wir auch über diese rote nein machen wir nicht denn wir sind ein guter lkw fahrer ja was wollen die polizisten hier eigentlich stehen hier mitten im nirgendwo ja ich wollte gerade gucken und jetzt wird es grün ich habe gedacht der polizeidings ist hinter mir aber ist er nicht ah hier ist ja die tankstelle ja so hier wieder an so dann wenn wir uns hier mal so so mich hier um die kurve nein tatsächlich nicht mache ich einfach so um bitte Ich bin irgendwie voll müde, Leute. Sorry dafür. Ich weiß nicht warum. So, jetzt brennt auch noch mein Auge. Schaut an den Kommentaren, ob ihr so Augen, also so Pollenallergie habt. Ich glaube ich schon, also denke. Was heißt ich denke? Also ich hab's definitiv. Ähm, ja, ja, hab halt auch mal ein guter Weg. Ne, dieser SEK-Dings, ey der ist so schnell. Hier läuft irgendeiner. Ey, warum leckt die Scheiße? Also hier leckt es gerade unnormal. Wahrscheinlich, weil alles halt leht. Ich leck jetzt hier, komm denn nach oben, Paula. Leckt das halt nur. Hey, Hilfe! Hilfe! Ich muss aufsteigen. Leute, hier seht ihr gerade einen Unfall. Hier passiert jetzt ein Unfall. Ich hoffe, der schiebt diesen LKW nicht weg. Zum Glück nicht. Okay, jetzt hat's kurz irgendwie weggeschoben. Egal. So. Es ist grün. Na, ich fahr jetzt trotzdem drüber. Der Zug hat es hier blockiert. Nö, seh ich nicht an. Ey, ich hasse es. Automatisch mach ich einfach. Hä? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir auch noch die Ausfahrt verpasst. Ne, dann machen wir eine extra unsere hier um. Da reicht mir her. So. Boah, das ist zu spät abgebogen. So. Zack. Also Leute, es war vorher alles okay mit Roblox und so. Warum? Weil irgendwie hängt das jetzt nochmal auf. Ich weiß aber auch nicht warum. Das hier ergibt alles keinen Sinn. Aber egal. Oh nein, jetzt hab ich hier irgendwas angemacht. Ach so. Hallo. Fahr doch jetzt. Nö, ich fahr jetzt. Ist mir egal. Ja, ist mir egal. Ich musste hier was richtig... Hä? Warum fahr ich denn hier ständig an diesem Kack vorbei? Ich fahr jetzt ein paar hier rein. Boah hier jemand ist. ok er hat einfach schwer immer ja aber wo müssen wir rein die zweite auswahl die dritte doch die dritte mann dann fahren wir hier raus wir haben wieder grün, perfekt so, let's go ey, das ist hier schon wieder Leute, es regt mich ernsthaft auf dass es hier einfach nur rumdeckt das ist eigentlich nicht geil das regt mich so auf das triggert mich das regt mich das regt mich so hart so komm mach grün mach doch jetzt grün ey ey, diese scheiße, die macht Sinn hallo, danke okay das könnte schon nach einem ewigkeit grün sein warum leckt es hier es gibt gar keinen grund hier rum zu lecken Junge hier ist gefühlt gar nicht ja, Codierung überlassen halt die Schnauze, alter halt einfach die ver... die Schnauze was ist denn da also das ist echt kacke von diesem Menschenaufnahme begrand es ergibt null Sinn, dass es rumhängt voll Banane, alter Junge ja, jetzt häng ich ja noch fest wegen dem verfickten Scheiß hm alter geht der mir auf den Sack Leute, wir sehen uns mal gleich, wenn ich wieder raus bin so, jetzt habe ich es endlich geschafft perfekt so, jetzt können wir nämlich noch zum letzten Dings fahren und dann haben wir nämlich auch die ersten beiden Sachen fertig gemacht so jetzt machen wir mal das Licht an was man nicht sieht perfekt wunderbares Licht ey, es leckt sogar selbst wenn es gar nicht legen könnte also dieses Spiel ne und äh, was ist das Spiel? das Spiel ist ja ganz geil, ne? aber warum leckt ihr es jetzt hier? guck mal hä? äh gibt doch absolut gar keinen Sinn ey, das ist nervig ey, das ist nervig einfach nur nerven ja, Codierung überlastet ich gebe dir gleich Codierung überlastet so dann fangen wir mal rein so Leute das war's mit dem Video wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, abonnen, kommentare schaut außerdem auf mein Facebook selber vorbei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt abmondt am oft da oder nicht euer Fano ciao, ciao